Musik 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 Hey Bruder, vorher, nachher hast du gesagt, ne? Ja, genau Musik 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 Ah, jetzt wird der gewaschen, ein bisschen abgelangt und dann macht er eine Aufbereitung damit. Weil er kriegt nicht so viel, so viel Sauberkeit ab, der Karren, jetzt ist einmal Zeit, jetzt einmal richtig ranzugehen. Komm, geht, Bruder? Geht, ne? 200 Euro. Hast du nur Scheine in der Tasche, war, Bruder? Ne, ne. Nur Euro geht nichts, ne? Klimpergeld. Boah, die Bremsen trennen. Ich muss mal richtig, ich muss das alles durchlaufen. Ja, mach mal. Mach mal vor, misst du auf den Gaus. Ja, so. So. Falls es wieder gleich aussieht. Ja, sicher. Machst du einen richtigen Babber, ne? Ja, der wird gleich geknetet. Mit einer Waschlauge mache ich den erstmal. Kneten, Waschlauge. Von innen, klar, alles hier mit Pinsel, die ganze Tonne hier reinigen, ganze Scheiße da. Und dann, die Wien. Hast du gesehen, was aus den Leisten rausgekommen ist? Ja, hab ich gesehen. Richtig. Das ist so ätzend, wenn man da langst. Kommt so eine Scheiße immer raus. Ja, der steht ja immer in so einer Scheune über Winter. Ja. Da zieht der ganze Staub da rein. Ja. Wie lange hat das? Sechs. Das ist schon brutal, der war. Der besteuert nicht aus jeden Gang raus, ne? Die Zeit rund. Setz den mal auf Sport, wie der sich dann anhört. Ja. Ja. Wenn der jetzt weggeht, dann musst du mal runterschalten und dann aufstehen. Dann hab ich was da passiert. Faller links. Faller links. Scheiße. Hallo. Scheiße. Faller links. Fahrwerk ist aber gut hart, ne? Ja. Steht auch gut. Boah, der Sound ist auch gut drin, Alter. Der Sound ist wirklich schön. Der BMW geht nicht. Wahnsinn. Das ist ein Sport, der. Wahnsinn. Das ist ein Sport, der. Wahnsinn. Hier, er muss aufpassen. Wahnsinn. Das ist der Winnie. Ja. Wahnsinn, ne? Hammer. Junge, Junge, Junge. Mutal, ey. Geil. Der macht sich heute einen Freien und hat gesagt, komm, machen wir mal ein langes Wochenende. Hast du aber Gas geben, war, Johnny? Ja, ich... Blocken rein. Ich bin wieder so schmal. Es ist nur Attacke drauf. Richtig sauber, ne? Mhm. Ja, Bombe. Bombe. Was hat denn Papa denn? Stimmt. Stimmt. Ja. Gleich. Geknetet ist er. Geknetet, poliert, nach innen, nach innen, nach innen, nach innen, nach innen. Ich bin eigentlich hier rum, wenn wir uns jetzt in der Lasten. Die werden ja nur hier rein gefahren. Hauptsache, wir haben Gas zu ganz fronten. Du brauchst doch nur so machen, wenn Gas zu da. Hier rum. Wenn du da richtig reinlust, dann ist alles gut. Bombe. Ja, gefällt's? Klar. Ja, freut mich. Und? Auch zufrieden, Junge? Ja, ich bin doch zufrieden. War auch, wenn ich ein bisschen war Attacke. Innen war heftig, aber... Ja. Auf jeden Fall, was mir immer gefällt, ist das vorher und nachher. Ja, klar. Das macht doch Spaß. Ja, vorher wieder glänzt jetzt. Ja, das sieht aus wie neu. Ja. Die ganzen Steinschirchen sagen natürlich... Ja, da kannst du nichts machen, ja. Aber jetzt so allgemein ist der jetzt wieder... Jetzt fährst du einmal eine Asi-Runde. Und dann die ganze Popatianen kickel die Häuser. Ja. Ganz pubertären Pickel, sagt er. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist normal. Das bleibt nicht aus, ne? Ja, hallo. Ja. Unzufrieden Vater, ja, ne? Ja. Und deine Sachen drin. Ja. Kannst du sagen, wie du selbst... Wie sauber. Ja. Wie neu. So ist ja noch ein richtiger Pflegezustand, ne? Guck mal, normal haben die E46 da vorne. Alles so abgegriffen. Alles so abgegriffen in der Gummierung. Gummi ab. Genau. Ist hat der nicht, ne? Ne. Ja, ein bisschen. Ja. Ein Pinsel, ne? Ja. 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 Top. Jetzt ab in den Süden. Er hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, top. Das ist wieder sauber. Wir haben.